Wie wird ein Paddelboot noch genannt? Kojak, Kajak oder Anorak? Josefine, wie nennt man Paddelboot? Wie? Ananas, ne? Herzlich willkommen, liebe Freunde, zu diesem etwas kürzeren Video auf meinem beschaulichen Kanal. Ihr habt ja Thumbmail und Titel bereits entnommen. Heute komme ich mal mit einem Wunsch zu euch oder mit einer Aufforderung. Das heißt, ihr seid gefragt, ihr sollt, dürft und könnt mitmachen. Es geht darum, ich habe mal Lust auf ein Frage-und-Antwort-Video. Das heißt, ihr dürft mir bis nächsten Sonntag, denn dann habe ich auch erst wieder Zeit für YouTube. Da dürft ihr, wenn ihr wollt, mir Fragen stellen. Fragen unter diesem Video in der Kommentarsektion. Was immer euch einfällt, fragt mich. Ich werde dann versuchen, nach bestem Wissen und Gewissen zu antworten. Es gibt nur ein Tabu. Das ist mein Familienleben, meine Freunde und Bekannten. Die wollen mit diesem ganzen Zauber hier nichts zu tun haben. In keiner möglichen Art und Weise. Das heißt also, Fragen zu meiner Familie, Freunde und Bekannten, das ist tabu. Aber ansonsten dürft ihr mich fragen, was ihr wollt. Auch meine Person betreffend. Ihr dürft auch gerne mir eine etwas persönlichere Frage stellen. Denn letztendlich entscheide ich ja dann auch selbst, welche Fragen ich überhaupt zulasse. Und was ich beantworten möchte. Aber habt keine Scheu. Fragt mich, was immer ihr wollt. Egal zu welchem Thema. Ihr wollt meine Meinung hören zu einem gewissen Thema. Dann fragt mich einfach. Es muss nicht zwingend das Filmthema sein oder das Mastersthema sein. Ihr könnt mich fragen, was ihr wollt. Außer Fragen zu Familie und Freunde und Bekannte. Das ist das einzigste Tabu. Ansonsten habt keine Scheu. Fragt mich, was immer ihr wollt. Ich hoffe, ihr macht mit. Denn wie lange das Video dann am Sonntag gehen wird, das entscheidet ihr dann eher mit euren Fragen. Gut. Das war es dann auch schon wieder von meiner Seite. Ich hoffe natürlich, ihr macht fleißig mit. Und was wichtig ist, die Fragen natürlich nur unter diesem Video in der Kommentarleiste. Nur unter diesem Video hier. Und ich werde in der Kommentarleiste auf eure Fragen natürlich nicht antworten. Aber ich werde einen Daumen und ein Herz da lassen. Dann seht ihr, die Frage ist angekommen. Die Frage ist notiert. Okay. Und wie gesagt, fragt mich, was immer ihr möchtet. Mit dem außerdem von mir genannten Tabu. Habt keine Scheu. Und wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn einige von euch da mitmachen würden. Ja. Das war es dann auch schon wieder von meiner Seite. Und ich sage dann, bis nächsten Sonntag. Tschüss.